Auf dem Heiligen Evangelium nach Johannes In einer Zeit sagte die Menge zu Jesus, Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Lasst uns beten. Herr, schenk uns Leben. Schenk uns lebendig sein. Freude an allem, was ist. Mut zum Aufbruch. Achtsamkeit für den Menschen neben uns. Hoffnung auf ein gutes Morgen. Herr, schenk uns Leben. Lass uns lebendig sein.